so willkommen zurück zu einem video ich habe jetzt auch ein bisschen musik eingeschalten ohne musik ist es ja echt langweilig die sammlungen zu sehen und so ich fange mal mit den laverln an ups ich habe von haruka jetzt habe ich mein laverl ein bisschen zerknallt süße maus sich jetzt mein laverl ja das kennen nach spiele zusammenlegen dann von nochmal von haruka mit schilder drauf dann das gleiche dann banni also mit den ganzen zählerkriegerinnen dann das dann mehr kur und wieners wieners dann habe ich hier die decke eine warme weiche decke da unten zu meinen ganzen postern der ich da unten versteckt nicht dass jemand mir das nimmt oder so dann habe ich hier ein hefe von salomon dann ein paar tattoos dann habe ich hier die tasche eine salomon tasche dann habe ich hier noch zwei andere bücher und das war es jetzt bis dann das war es jetzt bis dann bis dann